Heyo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In der heutigen Folge spielen wir wieder eine Runde Minecraft Bad Wars, oder warum eigentlich wieder? Wir haben das letzte Mal Murder Mystery gespielt. Und, ähm, ja, dann bin ich mit Pascal, äh, wir spielen eigentlich, ah, da, ja. Wir spielen eigentlich zu viert mit dem lieben Killer LP, dem Kratrex und dem Typen, der sich ständig umbenimmt, mit dem Michi. Ich probiere jetzt wieder mal reinzukommen. Ach ja, ich muss noch dazu erwähnen, ich muss noch erwähnen. Maus-Busen. Ich hab das vielleicht, ähm, wie oft, keine Ahnung, fünfmal gespielt oder so. Ich bin absoluter, absolute Scheiße hier in diesem Spiel. Du bist absoluter Pro. Ich bin absoluter Bullshit. Du bist so, okay, man. Ich bin der letzte. Warum sind meine ganzen Settings weg? Ich bin der letzte Dreck hier aus dem Spiel. Juhu, du bist absoluter Pro. Weißt du, wie lange ich jetzt schon kein Minecraft mehr gespielt hab? Ist mir scheiße egal, du bist absoluter Pro, keine Widerräder. Alter. Ähm. Äh. Äh. So, fuck. Jetzt hab ich mal ganzes. Zu uns kommt ein roter Gerant. Zu uns kommt ein roter Gerant. Bittzerstör! Du kleine Schwuchtel! Dir schieb ich mein Schmerz hinter die Backen! Alles genau. WTF? Mein Stierer und Datanlage angehalten, du. Hab ihn. Ich seh, ich seh. Ah, hier steht, sorry. Ich sehe nur, wie ihr vier auf den einen hackt. Bittzer, das wird jetzt anders. Spur. Spur. Ich schieb dir mein Schmerz hinter die Backen. Moment, hast du Schwanz verstanden? Mein Schwert zwischen die Backen hab ich gesagt. Oh, ich dachte schon. Ich dachte schon, du hast das falsch verstanden. Braucht ihr von euch ein Steinschwert? Nee, ich hab auch. Wir haben alle im Gegensatz zu... Ah, okay, wir haben alle einen Cox-Fleiser. Warte, da ist jemand, oder? Nee. Ich hab... Ich hab Baseballschläger. Du Hund? Piztsch? Piztsch? Wir müssen jetzt mal zu den Gegnern rüber. Ich muss gar nichts, unser Bett ist weg. Du wirst ja vielleicht der Einzige, der was kann. Digga, bitte lass heute einfach länger Minecraft spielen. I don't know, ich hab gerade überspoken. Du musst doch gar einen weg. Ich hab... Oha, ich hab ein Epic Gift gekriegt, Alter. Hab ich... Ja, ich... Ich komm ja dann wieder. 25 Coins. Wow. Er nimmt alle weg. Oha, 15 Coins. Ich hasse gleich aus. Ich werd so sterben, sobald ich hier rausmache, ey. Wie viel kostet denn der scheiß Bogen? Damit schwindest du... Ach, 12 Gold, Alter. Pascal, mach die Fliege. Deine Mutter macht die Fliege. Geh weg. Weiche, Dämon. Weiche. Wie viel kostet denn Wein, Alter? Oh, nee. Michi, willst du die angreifen? Oh, ich hab 12 Gold. Ja, klar, Dinger. Egal, Leute, wir haben kein Bett. Michi geht einmal aufs Größte. Ist mir ja egal, Bruder. Ich f*** jetzt. Oha. Ich... Michi, komm. Leute, komm, wenn, dann gehen wir alle zusammen. Kommt jetzt alle raus. Nee, ich hol die jetzt allein. Ich brauch gar nicht kommen. Spaß. Ich hab nicht mal genug Blöcke, da rüber zu kommen. He, he, he. Bruder, ich fühl mich persönlich angegriffen. Warte, ihr kommt jetzt. Ich hab nur mal 10 scheiß Steine. Ich hab nur noch 1. Ich brauch nur noch 1 Gold. Ja, jetzt. Michi, Michi, ich schau mich an. Ich hab 8 Pfeile. Los, geht's. Ich bin bei den Gegnern. Ja, bei welchen? Ja, Rot. Achso. Oh, Digga, die sind alle. Die sind alle. Ah, ich hab 2. Ah, wie viel das klang. Ah, ich hab 2. Junge, was ist das denn bei dir? Ich bin bei denen im Bett. Michi, ich bin bei dir auch im Bett. Grün. Aber ich sneak, deswegen sehen die mich nicht. Ah, die könnten mich sehen, wenn ich mich jetzt hier rüber... Habs Bett. Hab einen. Oh, 3 Leute haben auf mich eingeschlagen. Aber ich hab's Bett und einen. Michi, Michi, ich bin doch in dem Bett. Lol. Junge, ich komm schnell rüber. Ich hol mir noch schnell nehmen. Ich hab die kurz mal Obst genommen, allein. Hab noch einen Emerald mitgenommen, mitgenehmtet. Pascal ist einfach mit reingesprungen. Wolfgang! Komm, ihr holt die, Digga. Michi ist jetzt... Grün ist schon raus. Lull. Schon tot. Oh, Junge, jetzt müssen Andi und ich das alles alleine machen und ich bin so scheiße in dem Spiel. Die haben doch kein Bett mehr und sind nur noch zu zweit. Oh, fuck it. Ich war in der Kiste und da kam ein unsichtbarer... Egal, let's go noch eine Runde. Hey, wieso, Junge? Du musst mir schon genug zensieren. Aber ich bin, ich bin, glaub ich, schon ein bisschen eingespielt das wieder. Dome? Ja. Weil Maus abuse geht schon wieder. Ne Party, ne Party. Ne Party. Oh, halt die. Schwerst du das? Ne Party? Ne Party. Mach ne Party, komm, wir machen. Wir machen jetzt ne Party. Wie wär's denn einfach... Kann ich, kann ich kurz Steine haben, damit ich rüber bauen kann? Wie wär's denn, wenn einfach nur einer sich dort rein stellt und erst mal das Bett zubaut? Ja, ich baue direkt zu den Gegner rüber, nicht rasch die gleich weg. Ich baue direkt in die Mitte. Ja, können wir auch machen, fast bridge ich rüber. Ich, ich, ich pass erst mal aufs Bett auf. Weil ich einfach keinen Plan hab, was ich jetzt noch machen soll, wenn Pascal sowieso schon drin steht und das Bett einbaut. Du weißt schon, dass egal wie viele drin stehen, jeder gleich viel kriegt. Ne, eigentlich nicht. Aber okay. Gelb, du Hund, komm her. Der Typ lügt. Zeig mal den gelben Hund. Wo ist der gelbe Hund? Ja, der läuft vor mir rum und rot auch. Das bin ich, du Idiot. Ach so. Wir sind rot. Ich dachte mir grad, warum kriegt der kein Schad, wenn ich ihn schlag. Hier ist noch ein gelber. Hier. Hier ist noch ein roter. Ja. Meine Schulter juckt. Ich, ich schwör, ich rush dir jetzt hier von der Mitte weg. Achtung, er kommt, er kommt, er kommt auf uns, auf unser Haus. Alarm! 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 Wie viel Gold haben wir denn? Gold. Michi, wir werden angegriffen. Komm, jetzt kannst du zeigen, wie du die kriegst. Alarm! Haben wir irgendwie Gold über oder? Nö. Nö. Ich spann' alle. Ich hab's dabei Gold über. Ja, geil. Der Typ ist schon in der Base. 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 Eben, wir brauchen vielleicht mal einen Bogen. Ja, aber sieben. Ne Party. Ne Party. Kann einer herkommen? Ich will den ja alleine klatschen dann. Ich geh gerade zu dem Bogen. Oh, Junge, was macht der? Wie viel kostet Bogen? 12 Gold und 8 Pfeile noch 2 Gold. Was ist da? Junge. Na, der mich stresse ich erstmal selbst. Stonks. Stonks, ja. Ah, blau kommt! Blau, 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 blau! Blau kommt! Alarm! Ah, fuck! Ja, jetzt wird der Gelbe auch gleich runterspringen. Ich hab den Blauen gefistet. Lecker! Weiße! Was, was kann ich mit dem, mit dem Gift machen? Also mit dem Geschenk? Äh, Rechtsklick beim Händler. Ja. Dann kriegst du ein bisschen High-Pixel-Coins. Achso, lol. Dann kriegst du richtig fett Money, Money, Money. Ja, richtig fett hat das jetzt. Komm Pascal, der reagiert auf mich. Komm, du kannst ihn runterkicken. Los, kick ihn doch runter. Klatschen! Oh, Pascal, du Vogel! Oh, aber er ist doch. Ich hab ein halbes Herz! Dube. Ja. Da kommen die Blauen. Alarm! Alarm! Ja, wo kommen die Blauen? Ich hab einen Bogen, Jungs. Von da drüben. Ja, hier. Der Blaue. Der Blaue hier. Ja, ich hab aber noch keine Pfeile. No. Wow. Aber ich hab keine Pfeile. Ja, sorry. Was kann ich dafür? Warte, Michi. Ich kann dir zwei Gold geben, dann kannst du ja Pfeile haben. Komm, ran auf den Meter, du Fötze! Hast du keine Eier oder was? Nein! Ah! Einen hab ich! Ete, Digga! Wenn du jetzt den Kill bekommst, dann... Junge. Ey, ich hab nur Tode. Ah, guck, ey! Blut, 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 blau! Du kleine Nutte! Ich hab ihn! Ich hab ihn! So. Wollen wir jetzt den Eierbeck zu führen? Ja, jetzt, jetzt nehm ich Blau Hubs, ist mir scheißegal. Ja, ich folge dir einfach, wo bist du? Leute, wir folgen jetzt Michi. Ich folge dir in Krieg, mein Kamerad. Ist Gelb behindert? Ich brauch noch zwei Gold. 12 Gold brauchen wir. Wir folgen Michi, unserem Führer. Gelb ist, Gelb ist, äh, sehr... Lass mal, lass mal Dias holen, oder so, am besten. Michi, du bist doch... Michi, bist doch gut im PoVP? Ja, ja, schon. Ja, dann komm jetzt zurück, dann kauf dir Eis. Vor allem, vor allem in, 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 äh, Rainbow und, äh... NEIN! Ich hatte gar nicht Blöcke mehr in der Hand! Also... Alter, das tut einfach weh. Wieso hab ich eigentlich zwei, äh... Zwei, ähm, Emeralds? Hallo, jemanden getötet, das ist der... Ich bin grad richtig aggro. Wieso? Ah, gut. Ich wollt' mir nen Wolfgang holen und hab ausgesehen auf Feuerball geklärt. Tschuldigung. Hm. Tschuldigung, Papa. Hu, 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 hu. Wieh, hu, 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 hu. Ja, ne? Danke. Oh, also ich krieg halt gar nichts, äh, also ich... Junge, kannt's jetzt mal weiterspielen? Oh, wir rasten uns auf, du Sahan. Ich glaube, ich muss jetzt eh weg. Oder? Tschüss, Tiii. Hu, hu! Hu, 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 hu. Bis später. Äne geht da. Wie, gehts weiter. Er fährt jetzt los, in 20 Minuten ist er da. Oh mein Gott, der hat gerade viele Dias bekommen. Bruder. Wer? Ja, der Grüne. Der ist gerade zu einer Insel gegangen, wo davor noch keiner war. Bei dir. Da du es dir nicht selbst kaufst, nimmst du jetzt mein alter Steinschort. Ein blauer kommt angerannt. Ja, ich sehe es. Tomatmajo, was ist denn sein Ding, Junge? Tomatmajo. Geh nicht da, Tome, geh nicht so an den Rand, weil sonst kann er dich einfach runterkicken. Der ist ja weggerannt. Ich hab für den allergrößten Notfall einen Wolfgang. Pok, äh, Poker wollte ich gerade sagen. Ah, was ist auf der Seite? Ja. Wolfgang! Ja. Oh Gott! Schon. Ja, ja, er fährt hier aber beide noch, oder? Nein. Team Rot. Warum jetzt, wir müssen schnell eine neue Runde. Geht noch, aber... Was soll das ein Bombard? Ich muss um 10 nachgehen. Oh. Was, 10,5? Ne, in 10 Minuten. Oh. Warum habe ich gerade 10 nachgesagt? Ja, das fragen wir uns auch. Ich wollte glaube ich sagen, es ist 10 nach. In der Tat, das ist 10. In der Tat, das ist 10. In der Tat, das ist 10. Meinst du? Ne, 10 nach oben ist es. Oha, das sind die Grünen. Ja, wir werden als erstes sterben toll. Wir sind ein Lauch-Gang. Also eigentlich, ich weiß nicht wie es bei Michi aussieht, aber Lauch sind wir jetzt nicht unbedingt. Wir sind fett. In der Tat. Jedes Mal 5 Liegestütze hier nach dem Tod. Machst du das echt? Ja. Warum? Ja, warum habe ich doch gerade gesagt? Weil ich fett bin. Damit er in Form bleibt. In der Tat. Digga. Jungs, lebt euer Leben. Stell dir vor, er zieht das jetzt wirklich mehrere Jahre lang durch. Stell dir vor, er zieht das jetzt wirklich mehrere Jahre lang durch. Junge. Der Typ. Ist der Schrank. Junge. Ich bin bereit. Also ich müsste dann natürlich keine machen. Wenn du ausrastest, ist sein Tisch weg. Ja, aber ich müsste natürlich keine machen, weil ich würde ja nie sterben. Ja, genau. Ich bin noch nie gestorben in einem Shooter. Ja. Da kann ich mich noch bestens an die Rainbow-Runden erinnern, aber... Hey, da bin ich nicht gestorben, da wollte ich einfach früher gehen. Genau. Warum nicht? So. Ja, kann ich... Ah, die Blauen sind beim Tier. Ich wollte gerade schreien, man kann da was grünes, aber das war nie. Hallo, wir haben doch gesagt, wir sind grün, wir werden verlieren. Wir werden als erstes sterben. Ich werde sterben. Wie scheiße war ich? Irgendwie hasse ich blau. Blau ist scheiße und ich bin gerade hier. Oh, ich habe ein Geschenk. Oh, ich habe einen blauen. Cool. Und ich habe einen Diamanten. Wow, fünf Coins. Wow. Versteck mich jetzt hier. Damit, wenn die kommen, dann boxe ich sie runter. Ah, grün. Piss dich. Ah, noch mehr grün. Geht nicht zum Tier. Dann kann ich die einfach immer runterboxen. Sollten die kommen. Ich brauche noch zwei, ich brauche noch zwei Gold. Oh shit, die kommen zu dritt. Dann kann ich einen Bogen. Dann kann ich einen Bogen. Komm, noch zwei Gold. Zwei Gold, dann kann ich einen Bogen. Komm her. Komm her. Ja, ja, ja. Ein Gold. Ein Gold brauch ich. Dankeschön. Jetzt habe ich einen Bogen. Achso, Pfeile. Ja, das habe ich schon gesagt. Zerstört. Was?! Was?! Warte, Herr! Hä?! Ich konnte... Hä?! Hä?! Unsichtbarkeit, Unsichtbarkeit. Ne ro... Ja doch, Rot. In the front, in the front. Digga. Was ist das? Ja doch. Ja, ich bin auch tot. Habe ich doch gesagt, ich bin tot. Hmmm. Alles klar, Digga. Das war alles wieder komplett an der Stelle. Und sonst zu Turme? Ja, es ist halt schon echt belastend an mancher Stelle einfach. Digga, kauf dir doch einfach die so, kauf dir doch einfach die Dreckswolle, Alter, ne? Real Talk, so. Alter, Pascal, siehst du mich? Ich mache das Puls des Jahrtausends. Ich werde so sterben. Jumil, kannst du mich gerne anbieten? Oh Gott, wo hängst du denn dann? Guck mich mal an. Ja, wo bist du? Hier, schau nach unten. Ach da, Hang-U. Soll ich dich runterschießen? Ah, hier ist ein Dia drin, aber das ist, das bringt ja nicht viel, ne? Bruder, ich muss dir jetzt ein Video schicken, wo ich einfach nur, ich habe es einfach nur gefühlt. Ich habe einen blauen runtergeballert. Ich habe es dir auf Snape geschickt. Jo, jo, jo. Ich muss nur hier gerade, ah, ich bin runtergefallen. Pass auf. So, ich muss kurz telefonieren. Ich habe das Bett, ich habe das Bett. Und, bist du auch down? Egal, Pascal, ich konnte mich durch den Wasserfall bei Blau retten. Oh, oh, blau, blau. Ja, ich sehe dich. Oh mein Gott. Pass auf, oben kämpfen gerade blau und rot. Ihr werdet mich nicht tot kriegen. So, mal schau mich an. Wo bin ich, Digga? Blashtai? Jedes Mal, wenn du besoffen aufwachst, äh, naja. Das wird jetzt einfach so ein Meme. So, wo bin ich, Digga? Habt ihr Dächs wegen mich gefragt, ob ich mitzock? Eigentlich wollten wir... Damit du Sachen erst, die du hochladen kannst. Ja, damit ich über Drogen reden kann. Achso, okay, perfekt. Ja. Es dient ja alles nur zur Aufklärung. Wir sprechen ja nicht aus Erfahrungen, sondern das sind rein fiktive Erzählungen und Geschichten. Das sind rein fiktive Erinnerungen. Wer hat's nicht gesagt? Gehustheit. Corona! Ich hab wirklich Corona, wisst ihr das? Das ist alles nur... Weißt du, was das Problem ist? Nicht mal eine scheiß Seuche will mich. Spaß. Ich kann's auch mit... Pascal, du kannst ja mit Mama reden, dass du vielleicht... Äh, du Fisch. Ich bin gestorben. Dass du vielleicht die Internet-Sperre aufgehoben bekommst. Da kann ich sogar noch streamen. Hä, wo bin ich? Ja, aber dann verlangen... Lasst dann bitte ein neues Spiel machen. Ich will mit Michi in der Höhle leben. Ja, okay. Das machen. Michi, Michi, wir leben in der Dynamithöhle. Ich stell mir das einfach so vor. Ja, die müssen wir erstmal wiederfinden. Ich stell mir das einfach so vor. Kommt die mit so Sperren, äh, Sperren aus der Höhle raus. So, unga, unga. Ja, aber ich muss jetzt gehen, Jungs. Jo. Ich mute mich nur. Ich bleib drin, aber halt für ein, zwei Stunden, schätze ich mal. Aber ist es ja nicht glück, wenn Pascal jetzt fragen geht? Äh, bis später. Ich wollte gerade sagen, nach dem Match wird erstmal nichts Neues angefangen, damit ich fragen gehen kann. Weil jetzt frage ich noch nie. Oh, nee, jetzt frage ich einfach noch nie. Oh, ich noch nie. Welche Farbe sind wir eigentlich? Rot, ne? Nee, rot sind wir nicht. Wir sind blau. Blau, gut. Ich bin betrunken. Was? Watermelon Whale. Alles klar. Beluga. Beluga. Happy Beluga. Ich kann mal alles. Oh, ist das ein blauer? Oh mein Gott. Redest du von dir selbst, oder? Oh Gott. Oh nein, was denn? Leute, ich hab's geschafft, mich selbst von unserer Base auszuschwerden. Geil. Nein, man braucht Gold. Ich hab's hingekriegt. Belastend. Herzchen bekommen. Schweine. Ja, richtig, ne? Okay, da hab ich ja sowieso erst mal aufgehauen. Wen können wir wegklatschen? Wer hat noch sein? Rot, geh auf rot. Rot sind Arschflächer. Ich brauch, ich muss rot, ich muss rot klatschen. Ja, Junge, klatsch doch erst mal grün, die haben wenigstens kein Bett mehr. Ich, ich, ich bräuchte eigentlich erst mal ein paar Blöcke zum Bauen, so. Ich hab auch keine Blöcke. Du rennst in die Mitte und von der Mitte aus zu denken. Ne, darum geht's mir nicht. Ich will ja, ich will außenrum, damit die mich nicht kommen sehen. Ach, Andi, du, 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 Junge, so schnell kann ich gar nicht bauen, wie du schon rein rein rennst. Dumme, komm. Ah, rot, Achtung, die, ah, die haben mich. Sind die auf unserer Base? Nein. Wir sind gerade reingerusht. Dumme, ich könnte dir eine Hilfe gebrauchen. Ja, ich bin tot, warte. Ja, da muss ich halt nochmal rein rennen. Ich hab ja noch die Spitzhacke. Verpisst euch. Ja, die sind gerade auf der mittleren Insel, die Fötze. Also, alle eine der... Renne einfach durch, renne einfach durch. Mach ich schon, mach ich schon. Ich renne, ich renne, ich renne. Ich du ja, ich du ja. Ich du ja. Irgendwas ist gerade hinter mir explosiert. Ne, das war bei mir. Die haben aber einen Feuerball auf mich gepäppt. Uh, die fappen mit Feuerballen. Ah, Fötze! Ah, geh weg! Nein! Hat jemand von euch noch zwei Gold? Nein. Ich bin schon wieder runtergefallen. Wieso brauchen sie Gold? Ein Gold brauch ich noch. Oh Mann, Alter. Damit ich awardbar bei denen machen kann. Ich bin einfach so schlecht in diesem Spiel. Ja, ich hab dir ein Gold gebraucht. Warte, warte, dumme, dumme, dumme. Ich dachte, hier kommt gerade einer von denen rüber. Ach, scheiße. Ich brauch noch drei Gold. Really? Jetzt brauch ich noch zwei. Real Talk. Real Talk. Wenn das Alzheimer reinkickt, du Real Talk sagst, richte dich was raus, warum willst du ver... Oh, du hast das einfach vergessen. Thomas, siehst du das in meiner Hand? In der Tat. Wir machen jetzt... Wir machen jetzt... Kaboom. Terror-Anflag. Kaboom? Yes, Rico, kaboom. Ja, warte, nach rechts, nach rechts. Nicht, 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 nicht. Jetzt hier, den Stein hoch. Terrorist, Schweine. Oh, oh, da ist was explodiert. Da ist gerade was explodiert. Die haben gerade die Brücke geköpft, sag ich es mal. Die haben Bogen. Ich habe eine Brücke geköpft, Mami. Komm, drück doch ab. Hatter doch. Junge, wer schlägt mich? Nein, oh mein Gott. Oh mein Gott, war das knapp. Wieso abdrückt? Abgezündet, ich habe gezündet. Ich hab's gesehen, ich bin tot. Junge, wieso abdrücken? Wir haben ja nicht mal gebraucht. Nein. Haben die, haben die, haben die, haben die wieder... Haben die wieder ganz gemacht? Hoffentlich. Nein, 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 noch nie ganz. Komm, reinrushen. Ich habe, ich, ich rushe, ich rushe, ich rushe. Ich rushe, ich rushe, ich rushe. Ich bin einfach viel zu langsam. Was ist geil? 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 Kann ich eigentlich meine Spitzhacke verbessern? Ja, aber wenn du stirbst, wird es wieder schlechter. Leute, ich mache jetzt ultimativen Terroranschlag. Ich habe zuvor bei einem TNT und einen Unsichtbarkeits-Tank. Ein Gift. Ich habe 15 Coins, wow. Ich habe aber ein Gift drauf. Das ist poisonisch. Ich habe jetzt eine Goldspitzhacke. Reicht das, um das schnell zu machen? Über die Bühne zu bringen? Ja. Ich könnte aber auch noch eine Dia, wenn ich... Wie viel Gold brauche ich? Nee, Domen, wir gehen jetzt... Okay, komm, ich, komm, raschen, raschen wir rein. Rasputin, lass mal rein, russchen, bitch. Hä? Oh, der hat Dia spielt, der hat Dia... Wie der vor uns wegrennt. Oh Gott, Doma. Ich f*** ihn! Ich habe ihn! Nein, habe ich noch nicht! Ah! Er ist hinter dir. Er hat noch sechs Leben oder so. Wie mit... Kommt zu uns, Garant! Ihr müsst verteidigen! Was ist mit Grün nicht richtig? Hä? What the f*** is going on here? Digga, was? Wie schnell baut in der? Drecksfotze. Leute, ich bin in der im Bett. Was? Ich habe es. Ja, jetzt müssen wir erst mal grün. Was? Rara. Rara. Achtung, lauf weg, du vollidiot! Das Bett ist durch! Iiiiiiiiih! Junge, das Bett ist durch! Ich weiß. Da bringt es das jetzt noch nicht. Dort knackst! Ich habe Angst! Ich habe Angst! Fuxi, ich habe Angst! Nein, ich habe Angst! Boah, jetzt Pimmel! Lebt ihr noch? Wo seid ihr? Wir sind auf unserer Insel. Rot und grün. Rot, rot, rot. Was ist das? Na, bei uns im Haus da. Im Spawn. Geh jetzt Pimmel spauen. Ich bin gestorben. Nein, oder? Doch. Wir haben kein Bett mehr an meinen Fress. Aber ich habe der ein Bett gefickt. Ja, das hat aber nichts damit zu tun. Wenn du tot bist, können wir genauso schlecht gewinnen. Wo sind denn die Pimmelberger jetzt? Die sind alle weggerannt. Jetzt sind da unsere Beis und da dort Pimmel. Der Junge versucht doch mal ordentlich zu spielen hier. Wieso habe ich einen grünen Block? Der baut gerade echt einen Pimmel hin. Warte, lass mich die... Das ist der Longschlock. Liga, lass mich die... Lass mich die Spitze aufsetzen. Warte. Hier, hier, ich habe einen grünen Block. Was kann ich über dir? Was kann ich über dir? Das ist ein grüner, das ist ein grüner. Ich habe einen grünen Block, Alter. Ich habe einen grünen Block. Guck mal da, da ist er. Jetzt weiß ich, warum ich den grünen Block habe. Junge, jetzt setzt die Spitze auf. Der ist da, der ist da, der ist da. Na komm runter, wir haben einen Longschlock. Wir haben einen Longneck-Rifle. Der ist hinten, der ist hinten. Der ist beim Longschlock. Der ist gelieft. Leute, der ist gelieft. Auf dem Dach liegt jetzt lauter Gold. Der Longschlock eine fette Eiche. Digga, wir müssen das Gold wegholen. Oben, auf dem Dach liegt so viel Gold. Grün hat jetzt... Oh mein Gott. Rot hat verlassen, Rot hat verlassen. Wir könnten gewinnen, wenn die alle verlassen. Dann haben wir... Es existiert nur noch ein Roter und nur noch ein grüner. In der Tat. Kommt, ihr geht die jetzt ficken. Ich weiß gar nicht, wo die sich gerade aufhalten. Ich habe nicht meine Rüstung. Ich brauche noch... Wie viel Gold habe ich noch? Ich habe sechs. Auf dem Dach liegt noch lauter Gold. Oh! Dein Bruder. Man kriegt einen halben Orgasmus. Ja, ich merks. Happy Holidays. Was?! Oh mein Gott, der ist unsichtbar! Der ist unsichtbar! Nein, ich bin tot! Pascal, der ist unsichtbar! Wo ist der? Wo ist der? Der kommt jetzt zu dir gerade. Der kommt zu dir gerade. Bleibt dort stehen. Wie er dort mit dem Bogen steht. Digga, warum müssen da ein Slime bei uns oben drauf? Ah! 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 Oh, ey! Warum ist denn hier ein Slime bei uns? Pascal, du gehst jetzt deine Mom ran. So. Ja. Ja, und damit würde ich sagen, wir haben total reingeschissen. Deswegen würde ich sagen, belassen wir uns bei dem Ganzen heute und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao! Ihr habt mich ins Gesicht gefilmt. Ciao!